Dies ist eine Packung Bio-Chlorella-Tabletten von GSE. Sie bestehen zu 100% aus Chlorella-Mikroalgenpulver und sind frei von Zusatzstoffen. Mikroalgen gehören zu den ältesten Organismen der Erde und zählen seit vielen Jahren zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln. Die Chlorella-Alge enthält wichtige Nährstoffe und einen hohen Gehalt an Vitamin B12. Das enthaltene Vitamin B12 trägt bei zur Verringerung von Müdigkeit und auch zur gesunden Funktion der Psyche und des Nervensystems. Das Tablettengewicht beträgt 500 Milligramm. Laut Verpackung wird empfohlen dreimal zwei Tabletten pro Tag einzunehmen. Die Chlorella-Tabletten von Müdigkeit und Dichekunstnach. Untertitelung des ZDF, 2020